Die sechs Monate alte Josie kippt kopfüber in den Pool. Ihre Mutter sitzt direkt daneben, doch greift sie nicht ein. Was zuerst schockierend erscheint, hat aber einen ernsten und traurigen Hintergrund. Die Eltern verloren vor ein paar Jahren ihren damals zweieinhalbjährigen Sohn Jake. Daraufhin gründeten sie die Stiftung Life Like Jake, die gegen den Ertrinkungstod von Kindern helfen soll. Diese Stiftung unterstützt das Programm Infants Swimming Resource. Bei diesem Programm sollen Babys lernen, wie sie sich mit dem Kopf nach oben über Wasser halten können. Und hier sehen wir genau diese Methode. Die kleine Josie hat hier schon drei Wochen Training hinter sich. In Deutschland ist dieses Programm noch nicht verbreitet. Was denkst du über diese Methode, Babys früh das Schwimmen beizubringen?